Weg nach Hattelsberg Abzweigung in Karrenweg nach Hattelsberg Abzweigung in Karrenweg nach 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Rechts kommt der Weg vom Gasthaus Lippi, links zwischen den Heuballen durch, in den Sindel durch den Husangraben. Durch den Husangraben zum Gasthof Bucher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Pferde Gasthaus Bucher Karrenweg auf die Choralpe Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Nach Überwindung der Schiebestelle geht es auf besserer Straße weiter. Wasserfallweg. Wasserfallweg. Nach kurzer Abfahrt gerade halten in den Weg zum Pomswasserfall. Wasserfallweg. 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 Hinter dem Wald. Der Wasserfall bei der Brücke. Der Wasserfall. Der Wasserfall. 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 Wasserfallweg. Wasserfall. 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 Wasser. Wasserfall. Wasser. 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 floor. Wasser. 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 not. Wasser. Der Pomswasserfall. Der Pomswasserfall. Der Pomswasserfall. Die Großhöllerhütte. Die Großhöllerhütte. Querung der Choralpe zur Krillitschütte. Der Pomswasserfall. 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 Der Pomswasser. 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 Entlang des Brandrückens Ein kleiner Pass in der Nähe des Moschkugels 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 Abfahrt zur Weinebenstraße Ein kleiner Pass in der Nähe des Moschkugels Weinebenstraße nach Obergösel Bei der großen Rechtskurve in Obergösel nicht vergessen links abzuzweigen Ein kleiner Pass in der Nähe des Moschkugels Ein kleiner Pass in der Nähe des Moschkugels Ein kleiner Pass in der Nähe des Moschkugels Ein kleiner Pass Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vor dem Haus schief rechts in den Wiesentrail. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wolfsberg. So, da hinten. Über die Brücke Bamberger Straße in die Altstadt. Im Park den linken Weg nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.